Es ist sehr, sehr interessant auch. Also da ich wie gesagt Kölner bin, viele FC-Spiele geguckt habe, natürlich auch schon mal mit Basso, weil er seine Zeit früher bei Paderborn geredet hat, hat man so ein bisschen, ja irgendwie so ein Gefühl gehabt zumindest, wie er denn sein könnte. Ja und das wurde so ein bisschen bestätigt, also sehr, sehr emotional, sehr, sehr intensiv, sehr, ja er lebt, er liebt Fußball, das merkt man sofort. Er bringt Spaß auf den Trainingsplatz, das finde ich richtig gut. Alles gut.